Nummer 3 Wenn Sie eine großartige Massage mit einem Gerät wünschen, das wenig Platz einnimmt und das Sie überall hin mitnehmen können, ist dieses Massagegerät genau das richtige für Sie. Nach dem Auftragen auf den Hals können Sie aus 8 verschiedenen Modi wählen, die Ihren Bedürfnissen entsprechen. Das Massagegerät verbessert durch elektromagnetische Impulse die Blutzirkulation, lindert Nackenschmerzen, befreit die Schultern von Ermüdung und entspannt schließlich den ganzen Körper. Er hat ein ergonomisches Design und einen eingebauten Thermostat zur Steuerung der Wärmezufuhr während der Massage. Es ist notwendig, den Hals vor der Anwendung zu befeuchten. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Dieses elektromagnetische Pulsnackenmassagegerät ist ergonomisch, angenehm zu tragen und passt sich Ihrem Nacken perfekt an. Es verfügt über 12 Massageköpfe, um die schmerzenden Bereiche des Nackens und der Schultern vollständig zu bearbeiten. Das Massagegerät wirkt mit elektromagnetischen Impulsen tief auf die Muskeln ein und lindert effektiv Schmerzen, Stress und Müdigkeit. Ausgezeichnetes Produkt. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1 Dieses elektromagnetische Pulsnackenmassagegerät hat ein ergonomisches U-förmiges Design, bietet 6 Massagetechniken zur Förderung der Blutzirkulation, Entspannung der lokalen Muskeln, Schmerzlinderung. Das Nackenmassagegerät verfügt über 3 Heizoptionen und 15 Intensitätseinstellungen. Sie können den Modus wählen, der am besten zu Ihnen passt, um Muskelschmerzen oder Körperspannungen zu reduzieren. Es hat eine automatische Abschaltung. Das Nackenmassagegerät sollte vor der Anwendung mit einem feuchten Handtuch angefeuchtet werden. Trockene Haut kann die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt auf Amazon.